Hallo zusammen, ich bin's wieder, euer Alles-Test. Diesmal geht's darum, ich hab bei TEMO mir diesen universellen Ladegerät bestellt. Das ist so ein Ladegerät für alle Smartphones. Okay, Mini-USB ist nicht mit dabei, aber das alte iPhone-Ladegerät ist auch nicht mit dabei. Hier habe ich eine Steckdose, da schließe ich mal das hier an und packe es mal für euch aus, wie es funktioniert. Kostenpunkt für diesen Teil sind ca. 5 Euro bei TEMO. Hier ist eine Rille, hier kann man aufmachen, alles drin, was man fürs Reißen braucht, sogar mit einer SIM-Karten-Nadel. Hier kann man SIM-Karten rein tun. Okay, fang ich mal an. Laut der Verpackung soll dieses Teil 60 Watt laden können. Okay, fang ich mal an. Nehm ich hier das Kabel raus. Und dem passe ich den Adapter dazu. Das ist so ein USB-Stick von Typ C auf Typ A. Da schließe ich mal an. Etwas mühsam anzuschließen, stecke ich hier an. Und jetzt lade ich mein Handy auf. Da steht drauf nie Turbo-Charge. Aber 60 Watt erkennt man Smart von mich. Okay. Dann. Durch das rausstecken. Also ich zeige euch noch, was da noch alles mit dabei ist. Irgendwie ist es mühsam, das anzuschließen, das USB-Kabel an den USB-Adapter. Da. Ähm, wie rum gehört das nochmal? So. So rum gehört's. Nie so rum. Und dann die zwei Enden wieder hier rein. Genau so. 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 Ja, das einzige Nachteil des nach dem Verwenden ist ja dieser Mütze schnell wieder rein zu tun. Aber wenn man's einmal gemacht hat, hat man den Dreh raus. So. Zeige ich euch nochmal. Also wenn euch solche Videos gefallen haben, wie immer lassen. Like, Daumen, Abonnieren nicht vergessen. Euer Alles-Tester. Ciao. So. So. Ich bin du mehr häufig und setzen die Drehlung Kabel an den. Das geht weiter-Motensch komme. Vielen Dank.